Willkommen zu Airport Rixray Simulator Demo. Wir haben 90 Minuten und ja, ich habe vergessen den Aufnahme-Button zu drücken, deswegen ist jetzt schon eine Sekunde rum. So, Flughafen. Willkommen am Flughafen, Alia Kundu. Ihre Reise beginnt jetzt als Sicherheitskraft im Flughafen. Es ist ihre Verantwortung, die Sicherheit im gesamten Terminal zu gewährleisten, bereit den Himmel sicher zu halten? Ja. Dies ist ihr Sicherheitsraum. Hier überwachen sie das gesamte aufgegebene Gepäck, sei es von ankommenden Flügen oder das auf dem Abflug wartet. Ihre Aufgabe ist es sicherzustellen, dass keine verbotenen oder illegalen Gegenstände in das Flugzeug oder den Flughafen gelangen. Das ist die Röntgenmaschine. Sie ist das Herz des Raumes und der Ort, an dem sie die meiste Zeit verbringen werden. Während das Gepäck über das Förderband läuft, wird es durch diese Maschine geleitet, die ihnen eine Röntgenansicht des Inhalts aller Passagier Gepäckstücke bietet. Werfen wir einen genauen Blick darauf. Hier kommt jetzt ein Gepäckstück. Oh, das sehe ich doch schon. Hier, das ist gefährlich. Damit kannst du jemanden erwürgen. Okay. Gut, wie Sie sehen können, werden hauptsächlich drei Farben angezeigt. Orange steht für organische Materialien. Boah, Echtledergürtel, das ist verboten. Ist das denn Lockenstab? Ne, keine Ahnung. Grün steht für nicht-organische Materialien. Blau steht für Metalle. Sie können X drücken, um jederzeit eine Farblegende anzuzeigen, falls Sie eine Erinnerung an die Farbzuordnung benötigen. Ich glaube, drei Farben kriege ich hin. Dieser Passagier hat eine ziemlich seltsame Auswahl an Gegenständen gepackt, aber unser Fokus liegt darauf, sie genau zu identifizieren. Was ist das denn? Ist das ein Maiskolben? Das ist organisch. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was sich hier befindet, um Ihnen eine grobe Vorstellung von den Verfahren zu geben. Der hervorgehobene Gegenstand rechts enthält ein leichtes, organisches Material. Es ist schwer zu sehen, da die Tasche aus einem ähnlichen Material besteht. Dies ist höchstwahrscheinlich ein Kleidungsstück. Der andere hervorgehobene Gegenstand scheint ein Gürtel zu sein, bestehend aus einem organischen Riemen und einer Metallschnalle. Als nächstes habe ich zwei Gegenstände hervorgehoben. Einer ist eine Sonnenbrille, hergestellt aus Kunststoff mit Metallbefestigung. Der andere ist ein Haargletter, bestehend aus Kunststoff und Metall. Wir können deutlich das Kabel erkennen, das da rumgewickelt ist, sowie die internen Komponenten. Das ist cool. Das ist eine Banane. Als nächstes haben wir drei Verboten dagegen. Verboten? Okay. Eine Banane, Obst und Gemüse sind verboten. Okay. Ein Feuerzeug. Alle Feuerzeuge und Streichhölzer sind verboten. Okay. Und schließlich eine Machete. Alle nicht genehmigten Klingen über zehn Zentimeter Länge sind verboten. Zehn Zentimeter. Das ist nicht ein bisschen viel? Schließlich haben wir eine nicht identifizierbare organische Substanz in dem, was offenbar ein Plastikbeutel ist, entdeckt. Äh, Spoiler, es ist Kokai. Okay. Aber was, wenn es Mehl wäre und wir kurz davor werden am Passagier wegen eines Fehlers auf? Festzuhalten. Wir werden gleich lernen, wie wir das feststellen können. Okay. Aber zuerst, was machen wir mit, was machen wir mit diesen nicht strafbaren, aber verbotenen Gegenständen? Dies ist der Beschlagnahmungsbehälter. Nachdem wir die Gegenstände aus dem Gepäck entfernt haben, legen wir sie hinein. Nach jedem Flug wird ein Kollege sie zur Verarbeitung abholen. Jetzt zurück zum Kokain. Okay. Scannerverfahren. Illegal. Sumsumsinfiziert. Okay. Kokain. Dies ist der Substanzscanner. Sie können jeden Gegenstand hineinlegen, die Tür schließen und dann Scan-Knopf drücken. Nach einer kurzen Analyse zeigt der Bildschirm an, ob verbotene Substanzen erkannt wurden. In der Mitte des Raums befindet sich der Gepäckkontrolltisch. Dies ist der Hauptbereich für manuelle Gepäckkontrollen. Hier ist unsere Tasche von vorhin. Jetzt geöffnet, können wir Ihren Inhalt deutlich sehen. Jetzt konfiszieren wir diese nicht strafbaren, aber verbotenen Gegenstände. Als nächstes müssen wir bei strafbaren Gegenständen den Prozess der Markierung befolgen. Angenommen, der Substanzscanner hat bestätigt, dass das Pulver Kokain ist, sollten wir den strafbaren Gegenstand zurück in den Koffer legen, den Deckel schließen, mit dem Koffer interagieren und das Markierungsmenü aufrufen, um in diesem Fall Drogen auszuwählen. Nachdem wir das Gepäckstück korrekt markiert haben, können wir es zum Regal für markiertes Gepäck bringen. Strafbare Gegenstände erfordern mehr als nur eine einfache Bestarktnamung und müssen von den zuständigen Behörden verarbeitet werden. Und schließlich, sobald Sie sich sicher sind, dass Sie das Gepäckstück korrekt markiert haben und bereit sind, das weiterverarbeiten zu lassen, müssen Sie diesen Knopf drücken. Dies wird einem Kollegen signalisieren, die Tasche für eine weitere Untersuchung mitzunehmen. Als nächstes Station der Roomtour haben wir Ihren Computer. Hier erhalten Sie wichtige spielbezogene E-Mails sowie die Möglichkeit zu überprüfen, ob Passagiere Genehmigungen für bestimmte Gegenstände haben, hauptsächlich Feuerwaffen und große Klingen. Für weitere Details zur Genehmigung konsultieren Sie Ihren Verfahren. Ah, okay. Flughafen-Informationsbildschirm. Wenn Flüge landen und starten, informiert Sie dieser Bildschirm über die verbleibende Zeit bis zur Ankunft, Abflug, die Flugnummer, etwaige Verspätung und die Anzahl der Passagiere. Es wird Sie auch benachrichtigen, wenn bekannt ist, dass ein Passagier zuvor verbotene Gegenstände an Bord gebracht hat. Aber genug mit den Erklärungen, jetzt heißt es Learning by Doing. Wer ist die? Cool? Okay. Sie müssen sich noch keine Gedanken über einen Flug machen, also üben wir die Steuerung des Förderbands. Wir müssen uns innerhalb des markierten Bereichs aufhalten, um das Förderband zu steuern. Der Bereich ist mit gelben Markierungen auf dem Boden vor der Röntgenmaschine gekennzeichnet. Sie können das Förderband nach links oder rechts abwägen, indem Sie Q oder E drücken. Okay. Wenn Sie möchten, dass sich das Förderband automatisch in eine Richtung bewegt, tun Sie das mit Shift. Okay. Sie können es anhalten, indem Sie einfach eine dieser Tasten antippen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Förderband automatisch startet, wenn ein neuer Flug ankommt oder abfliegt. Aber wenn ich denke, dass Sie nicht bereit sind, werde ich das Förderband für Sie automatisch anhalten, aber nur für den ersten Koffer. Aber fürs Erste sind das die Grundlagen zum Bewegen des Förderbands. Oh Gott, das ist viel Information. Gut. Bevor wir den ersten Testkoffer hereinbringen, sollten Sie sich mit den Listen der verbotenen und strafbaren Gegenstände vertraut machen. Wo stehen die? Diese sind auf praktischen Postern an der Röntgenmaschine angebracht. Oh, okay. Cool. Äh. Okay. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Liste zu lesen, können Sie hineinzoomen, indem diese Taste drücken. Ah, okay, okay, okay. Cool. Bringen wir nun die Testtaschen herein. Moment. Also verbotenes Lithium-Ionen-Akkus, E-Zigaretten und Vapes, nicht kosmetische Aerosole, Sauerstoffflaschen, Feuerzeuge und Streichhölzer, Bleiche und Reinigungsmittel, Farbenlösungsmittel, nicht tödliche Waffen, nicht zugelassene große Klingen über 10 cm, Obst, Gemüse, entflammenbare Flüssigkeiten und Gase. Okay, dann haben wir hier noch zu markieren, okay. Also die müssen wir konfiszieren und die müssen wir markieren. Also Sprengstoffe, Munition, Drogen, nicht zugelassene Schusswaffen, Feuerwehr, große Mengen Zigaretten, große Mengen Alkohol und Bargeld über 1000. Okay, cool. Gut. Wir starten kürzer einen Übungsflug, der zwei Testtaschen über das Förderband transportieren wird. Ich werde Ihnen dabei so gut wie möglich helfen. Das erste Gepäckstück wird zwei verbotene Gegenstände und eine Schusswaffe enthalten. Sie müssen die zwei verbotenen Gegenstände konfiszieren und ihr erlaubt es für die Schusswaffe mit Hilfe des Computers in der Ecke des Raums überprüfen. Es wird nur zwei Passagiere geben. Um den richtigen Passagier zu verifizieren, interagieren Sie mit der Tasche und wählen Sie Etikettanzeigen. Die zweite Tasche enthält eine nicht identifizierbare braune Substanz in einem Plastikbeutel. Noch einmal Spoiler-Alarm, dieses Mal ist es Heroin. Cool. Unabhängig davon, dass ich es Ihnen sage, sollten Sie dennoch den Substanzscanner verwenden, um zu überprüfen, ob es sich um eine strafbare Substanz handelt. Sobald dies bestätigt ist, markieren Sie das Gepäck für Drogen, indem Sie die Drogen zurück in die Tasche legen, mit der Tasche Interagieren und Markieren auswählen. Legen Sie dann die markierte Tasche ins Regal und drücken Sie den Verarbeitungsnopf, um das Verfahren abzuschließen. Wenn Sie bereit sind, drücken Sie auf Fortfahren. Jetzt sind Sie dran. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie die optionale Ziele verfolgen. Sie decken die grundlegenden Verfahren ab. Okay. Brauchen verboten, Essen, Trinken verboten. Aber ich könnte doch das... ...konfisziert... Hey! So. Also. Eigentlich Taschen markiert... Hm. Also. Damit fahre ich weiter. Kann ich die schon rausholen? Aufheben. Äh... Deckel öffnen. Achso. Ich muss äh... Untersuchen? Äh... Drehen? Warte. 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 Okay. Moment mal. Alkohol... Mehr als drei Liter. Ich geh erst mal... Ich... Moment. Äh... Wie ist der Hauptbereich? Äh... Ich will kein I haben. Ich... Ich will mit... So. Etikett überprüfen. Sarah Jones. Okay. Geh weg. Äh... So. Quiz. E-Mail. Passagiere. Sarah Jones. Und... Besitzgenehmigung. Firearm. Okay. Okay. Firearm. ...untersuchen. 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 Batterien sind verboten. So. Gürtel. Objektiv. Unterhose. Was ist das? Feuerzeug. Benzin. Das ist doch auch verboten. ...und flammbare Flüssigkeiten. So. Alkohol... Ein Liter. ...untersuchen. 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 Eine Wasserflasche. Eine Hose. Na gut. Dann hätten wir das eigentlich schon. Also Alkohol sind keine drei Liter. Und zwei Liter. Das passt. Schusswaffe ist genehmigt. Etwas werfen. Hä? Etwas werfen? Okay. Äh... Benutze den Substanz-Scanner. Ist Duschgel erlaubt? Ähm... Nicht kosmetische... Ne. Alles noch drin. Dann können wir eigentlich... Deckel schließen. Aufheben. So. Moment. Was haben wir denn hier eigentlich? Aufheben. So. Mh... Deckel öffnen. So. Rasieren. Sonnencreme. Was ist das? Ein Stück Seife. Okay. Was ist denn aus wie Socken? Was ist das? Shampoo. Oh. Wo ist das hier? Ruhigen. Hä? Wo ist denn das? Hat er nicht gesagt, dass hier Heroin drin ist? Was ist das? Ist das Heroin? Oh! In Form von Seife? Boah! Krass. Okay, dann machen wir alles wieder rein. Passt schon. So. Deckel zu. Deckel schließen. Markieren. Markieren. Drogen. Aufheben. Ablegen. Drücken. Kleiner Kaktus. Der Tag ist nun zu Ende. Drücke Leertaste, um die Zusammenfassung anzuzeigen. XP erfolgreich überprüft. Richtig konfisziert. Richtig markiert. Okay. Es ist Zeit für Ihren ersten richtigen Flug. Zum Glück für Sie ist der Flug um zwei Minuten verspätet. Das sollte Ihnen genug Zeit geben, um sich besser mit dem Steuer und Vertrauen zu machen und den Raum zu erkunden. Okay. Sie können die Zeit auch nutzen, um Ihre E-Mails am Computer zu überprüfen und Ihr Handbuch durchzusehen. Ihre Schicht hat jetzt begonnen und endet entweder um 18 Uhr oder sobald Sie das gesamte Gepäck der heutigen zugewiesenen Flüge bearbeitet haben. Je nachdem, was zuerst eintritt. Viel Glück und haben Sie Spaß. Sie können die Wartezeit beschleunigen. Sie F drücken. E-Mails. Willkommen. Mhm. Ja. Wollen wir mal ein Quiz machen? So. Machen wir hier mal weg. Kommatoren anmachen? Nee. Internet haben wir auch keins? Ja, wow. Äh. Fangen wir an. Was? Was ist die Standard Altitude für Cruising in Kommersen? Ich kenne mich mit Füßen nicht so aus, aber sind es vielleicht 25? Nee. Okay. Ja, aber falsch kriegt er noch richtig auf Deutsch hin. Ja, dankeschön. Who wrote the Great Gatsby? Nee? Okay. Was ist die Primärmöse der Aircraft Spoilers? Also Spoiler finde ich nie gut. Okay. Okay. What is the current here of the United... Hm. Und? Wann ist die Titanic gesunken? Wann war das? 18? 12? 12. Cool. Äh. Was ist das chemische Symbol für Sodium? Oh, war das N oder N-A? N-A? Ja. Which part of the airplane is reasonable for generating lift? Lift. Landing gear, fuselage, wings? Oh, wings. Uh, of the aircraft indicates a speed rail in the air. Äh, keine Ahnung. Gut geraten. Äh, it's a smallest planet in your solar system. Äh, Mars. Mercury? Mercury ist der kleinste Plan... Okay. Ja, eigentlich wäre es Pluto gewesen, aber Pluto ist kein Planet mehr. Äh, Wattos, etops, äh, n, 4, n, irgendwie, keine Ahnung. E, ne, me, ne, mu. Uh, which part of the aircraft indicates a speed rail in the air? Ultimate. Spiel ist vorbei. Der Score ist 5. Achso, ja, Spiel ist vorbei. Cool. Äh, so. Kann ich ha- Ah. Cool. Okay. Äh, so. Achso. Hm. Niau. Im echten Leben würde ich das gar nicht rückwärts können. So die Zeit zurückspulen. Ah, zu sch... Ah, ah, ah. So. Oh Gott. Das ist wieder... Ah. Ja, cool. Tabletten. Sind Tabletten verboten? Äh. Nee, ich sehe hier nix von Medikamenten. Okay. Nehmen wir mal die erste Tasche. So. Zack. Dann... Das ist Alkohol. Musst du mal aufheben. Das raus. Was war hier noch drin? Ich glaube sonst nichts, oder? Ich hab's schon wieder vergessen, ey. Äh. Ich jag den nochmal durch, oder? Nee, der hat nix Verdächtiges mehr. Okay. Huch. Okay, aufheben. Dann machen wir den nochmal auf. Dann nehmen wir den hier. Rein damit. Zack. Scan. So. Der hatte... ...ne Banane drin. Also holen wir den auch raus. Bis zum nächsten. Aufheben. So. Deckel öffnen. So. Hä? Mist, jetzt hab ich nicht gelesen, was drauf stand. Ich bin so doof. So, Banane. Weg. Obst ist gefährlich. So. Wasserflasche. Wasserflasche. Das ist ein Rasierer, oder? Jo. Okay. Dann können wir den Deckel schließen. Und... ...kommt wieder vorwärts hier. So, zack. Dann, was haben wir mit dem Teddy drin? Kokain. Cool. Nochmal her, Teddy. So. Zack. Dann machen wir mal hier zu. Dann machen wir hier markieren. Dann machen wir hier drohen. Und weg damit. So. Der hat... ...Wäsche. Ah, da kann ich's anzeigen. Okay. Es ist alles organisch. Achso. Ich muss da mal reingucken. So. Zigaretten. Zigaretten. Zigaretten sind erlaubt. Wenn's nicht mehr als zwei Stangen sind. Okay. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, was es ist. So. Deckel schließen. Aufheben. Weg damit. Dann... Genau. Äh... Dann... Was ist das? Das sieht aus wie eine Orange. den holen wir auf jeden Fall raus. So. Der sieht... nicht verdächtig aus. Was ist das da? Grün, nicht organisch. Ja, muss ich mal gucken. Ich gucke. So. Moment, werfen. Hui. Okay. Was ist das? Eine Krawatte. Okay. Na, das ist alles safe. So. Deckel schließen. Weg damit. Möchte ich auch kurz reingucken und wissen, was das eine ist. Das hier ist nicht organisch. Da ist ein Gürtel, da ist ein Keks oder so. So. Öffnen wir mal. Oh. Ach so. Das ist eine Stange Zigaretten, aber... Zwei dürfen, ja. Da sind zehn Packungen drin. Ja, das ist okay. Zack. Weg damit. So. Was haben wir hier? Den hole ich auch raus. War es da schon? Moment. So, ein bisschen an den Rand hier. Äh. Fliegenspray. Nicht kosmetische Aerosole. Okay. Dann, äh. Identifizieren wir das mal. Und weg damit. Und weg damit. Okay. Nicht kosmetischer Aerosole. Das ist ja kosmetisch. Rasierwasser. Okay. So. Keine Sorge, Content Creator, jeder Song auf diesem Radio ist von einer KI erkanaliert und Lizenz frei, sodass du dein Gameplay ohne Unterbringung hast. Hä? Jetzt kommen die von der anderen Seite. Äh. Ach, Mist, mein war doch... Mein... Okay. Ach so, das sind... Mein war doch so ein Keks drin, was ich mir unten... Was ich untersuchen wollte. Aber... Okay. Ja, ja. Äh, das geht noch, klar. Ich muss mal Dinge identifizieren. Ach so. Das war vorhin ein Kondom. Na, dann bin ich ja froh, dass es nur ein Kondom war. So, Deckel schließen. Und das, was aussieht wie irgendwie Pillenpackungen, sind, äh... Das sind wahrscheinlich Zigaretten. So. Was hat der? Sieht aus wie ein Laptop. Zigaretten. Guck ich mal rein. Der hat ja gar nichts dabei. Ein Tablet. Westerhemd, kurz mal... Ja, muss noch... Muss noch ein paar Gegenstände identifizieren, deswegen... So. Weg damit. Der sieht auch clean aus. Ja. 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 Der sieht gut aus. Der... Ja, sieht auch clean aus. So, da. Der hat auch ein Tablet. Ist das dann Maggi oder wie? Den gucken wir uns mal an. So. Den nehmen wir uns mal. So, auf damit. Was haben wir hier? Also, hol. Das. Sunbuster, unterwischen. Hemd, Hosen, Tablet, Hemd. Also, Daumen drauf. Mhm. Na, aber zwei Liter sind auch okay. Dann... Huch. Geh weg. So. Alles nochmal hier. Mit Profil umräumen. So. So. Weg damit. Passt. So. Der hat auch Zahnpasta dabei. Einen Rasierer. Das weiß ich nicht. Da guck ich mal rein. Na, guck ich mal rein. Ne, passt das schon? So, und das. Alkohol. Achso, das ist nur... Ein paar Dinge hier identifizieren. Ach, Schlappen. Ja. Ja, passt. Gut. Dankeschön. Ciao. Hä? Achso, ich drück die falsche Taste. Der Tag ist nun zu Ende. Drücke Leertaste, um die Zusammenfassung anzuzeigen. Jawohl. 90 nur. Okay, erfolgreich überpüffte Gegenstände. So. Richtig konfessiert, richtig markiert. Ein verboten Artikel. E-Zigarette. Was? Ja, okay. Ja, okay. E-Zigarette. Ja. Was will man machen? Nun, ja. Oh Gott, was ist denn da alles drin? Na, den nehmen wir auf jeden Fall. Der hat zu viel Alkohol. Äh, auf jeden. Und dann machen wir den auf. Also, wieder diffizieren. Passt. Huch. Nee, geh weg. Elektrorasierer. Passt. Rasierer. Das ist da. Ein Dioroller. Okay. Das passt auch noch. Okay. Hoch. Sag mal. Ich krieg nicht mehr alles rein. Scheiße. Äh, kacke. Huch. Ist das dein Ernst? Sehe ich den Scheiß über den Scheiß-Koffer? Kacke. Okay. Säge ich den Scheiß-Koffer? Okay. 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 Egal. Was ist das jetzt? Gott sei Dank. Hilfe! Jetzt müssen wir auch noch aufpassen, dass man alles wieder rein kriegt. Eieieieie. So. Den hol mal raus. So. Da hab ich doch schon gesehen, dass hier zu viel Alkohol drin ist. Huch! Der kommt mir auch schon entgegen hier. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Ansonsten nichts. Also ich muss noch markieren. Markieren. Überschüssiger Alkohol. Okay. Aufheben. So. So. Der hier. Da möchte ich wissen, was das da ist. Da. Oh. Ah, da. So. So. Okay. Okay. Mhm. Ja. Gut. Perfekt. Hallo World. Ciao World. Ciao World. So. Bonjour. Äh. Da. Oh. Das sieht beunruhigend aus. Ich sollte das sofort scannen. Hä? Da sieht man doch auf einem Blick, dass das ein Feuerzeug ist. Ja. Scannen mal. So. Was haben wir hier? Alkohol, Unterbuchsen. So. Sprengstoff. Was du nicht sagst. Na dann. Äh. So. Handgranate. Hätte ich dir auch sagen können. Äh. So. Handgranate. Markieren. Sprengstoff. So. Markieren. So. Vorsichtig heben. Sonst heben sie sich einen Bruch. So. Dann haben wir. Das kann ich nicht identifizieren. Das. Anderes. Was ist denn das? Oh. Okay. So. Achso. Das ist ein Stecker. Okay. Okay. So. Wird dann. Äh. Hat sich das schon erledigt. Schön. Weiterreise. Dann. Das sieht aus wie eine Kamera. Rasierer. Kondom. Das. Das. Oh. Hä? Da. Ja. So. Leih. So. So. Also. Also. Keine Ahnung warum er mir da beide rausgehauen hat. Elektrorasierer, kurz so unterhause. Das ist nur eine Stange, das passt dann. Passt. Tschüss, schöne Weiterreise. Ah, der Tag ist nun zu Ende, drücke Leertaste um die Zusammenfassung anzuzeigen. Kaufe ein Upgrade. So. So. Okay. Äh. Können wir hier etwas... Ah, Shop. Okay. Okay. Können wir uns nicht... Sprinten. Kauf bestätigen. Wir können jetzt sprinten. Ah, cool. Wir müssen uns... Mit unserem eigenen Geld müssen wir hier Upgrades kaufen. Ei, ei, ei. So. Ja. Bau-Modus. Wo ist denn der Bau-Modus? Ah. Förderband. Röntgen. Förderband. Ja. Ja. Computer. Fortschritt. Baumodus. Arbeitsbereich anpassen, neue Ausrüstung, kosmetische Gegenstände im Laden kaufen. Sie können in den Laden im Baumanus offen. Tab drücken. Ich drücke Tab. Ich drücke Tab. Wo ist denn... Sie können dieses Heft mit Tab öffnen. Aber ich dachte, Tab ist Baumodus. Im Shop gekaufte Gegenstände werden in den Postbehälter geliefert für kleine Gegenstände. Nee, der Eingangstil platziert für große Gegenstände. Pausenmenü aufrufen. Ah. Sie haben den Baumodus zum ersten Mal betreten. In diesem Modus können Sie Ihren Arbeitsplatz anpassen, indem Sie Gegenstände neu anordnen, neue Raum-Upgrades kaufen oder mit kosmetischen Gegenständen dekorieren. Okay. Cool. Objekte, die verändert werden können, haben einen gelben Umriss. Wenn Sie sie aus der Nähe betrachten. Okay. Den Unterschied erkennen. Das ist nicht schlecht. Wiederherstellung. Sie können neue Artikel im Shop kaufen, indem Sie Tab drücken. Okay. Oh. Arbeitsfläche Kürbis. Neonlicht. Habe ich noch? Ich habe noch Geld. Cool. Arbeitsfläche schräg. Kann ich den da aufheben? Ich kann mir diesen Artikel nicht lassen. Verschiedenes. Jetzt sind jetzt die Anzahl schräg. Oh. Ah. Wiederherstellung. Cool. Dafür ist es also da. Okay. Okay. Post. Okay, Baummodus verlassen. Cool. Wir müssen jetzt eh weiterarbeiten. Stifte, Radiergummi, Tafel löschen. Es sieht so aus, als wären sie vielleicht noch nicht bereit gewesen. Kein Problem, ich habe den ersten Koffer für sie angehalten. Cool. Das ist organisch. Die ist gut. Ja, geh weg. So. Ah, okay. Parfüm ist gut. Das haben wir hier. Da ist eine Spraydose drin. Zigaretten. Eine Stange Zigaretten. Müssen wir auf jeden Fall rausholen. Da ist was längliches drin. Und das da. Winzige Kokosnuss, oder wie? So. Wasserflasche. Das. Aftersun. Ah, das wollte ich doch. Feuerzeugbeziehen. Aufheben. Weg damit. Ah, ich kann ja jetzt rennen. Zack. Weg damit. So. Zack, zack. Weg damit. So. Den markieren wir auch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich fahre das an. Das ist nur drei Liter Alkohol. Zack. So. Identifizieren. Ein Buch. Ein Schlagstock. Na, das ist nicht legal. Nicht zuglassene Schusswaffen. Große Klingen. Na gut. Es steht hier nichts von Schlagwaffen. Also. Kann ich da nichts machen. Huch. Leg das Hemd doch mal wieder hin hier. So. Aber Geld. 70 Dollar. Äh, Euro. So. Na dann, beim Schlagstock. Ist ja anscheinend keine Klingenwaffe. So. Dann gucke ich das eine an. Das sieht. Das sieht eigentlich auch gut aus. Ah, Deodorant ist das. Dann ist das okay. Na, schon wieder der Teddybär. Schon wieder der böse Teddybär. Ein Liter, ein Liter, ein Liter. Das passt. Zack. Und dann haben wir es gern. Ah, das ist nur ein Adapter. Aber. Die Nihilie leider. Da reinstecken. Zack. Gönnen. So. Kleiner Heroinbär. Zack. Achso. Noch identifizieren. Oh, ein süßer Teddybär. Ja, mit Heroin drin. Sünde. Cool. Dann so markieren. Drogen. Nein. Falsche Darste. So. Zack. Zack. Schichtende. Ciao. Der Tag ist Ende. Yeah. 90 Prozent. Und jetzt habe ich... Ein verbotener Artikel. Schlag... Hä? Nee, das lasse ich mir nicht anlasten. Hier. Verbotener Artikel. Hier strafbar. Verboten. Hier. Akkus. E-Zigaretten. Waves. Nicht kosmetische Aerosole. Sauerstoffflaschen. Feuerzeuge. Streichhölze. Bleichmittel. Reinigungsmittel. Farben. Lösungsmittel. Nicht tö... Ach, Kacke. Kacke. Ich habe doch extra nachgeguckt, aber ich habe es nicht gesehen. So. Was haben wir hier? Das sieht auch nach einer E-Zigarette aus. Die Tasche kommt raus. So. Da haben wir Alkohol. Oh, lecker Kondom. Warum die immer nur ein Kondom dabei haben? Wir haben nicht viel Spaß. So. Dann hier. Ach, eine elektrische Ze... Okay, doch keine Vape. Aber hier kann ich noch ein paar Dinge identifizieren. Krawatte. Tak, tak, tak. Gut. Dann doch nicht. So. Das war auch gut. Parfüm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gut. So. Hier ist irgendwas... Abgepacktes. Zigaretten. Wieder ein Adapter. Ich würde sagen, das ist sehr große Munition. Jetzt wollen wir aber erst mal den hier raus. So. Wo haben wir es denn? Erst mal hier identifizieren. Zahnpastung. Zahnpastung. Da. Ah. Ein schöner Beutel mit Pillen. Zack. So, dann holen wir noch die Munition raus. Das ist schon... Die und ihre Teddybären, ey. Okay. Okay. Munition. Munition. Kurs gleich mal hier. So, dann haben wir hier. Ecstasy. Cool. Ja, nice. Ja, klick da. Ecstasy zurück. So. Markieren. Drogen. Zack. Dann... Den Teddybär holen wir auch raus. So, mal hier... Was ist denn das? Zigaretten sind da drin. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Hui. Zack. Schere. Untersuchen. Eine Schere. Aber ist die länger als 10 Zentimeter lang? Oh, come on. Sieht doch mehr aus wie eine Kerze. Guck mal, eine Kerze. Hm. So, nicht zugelassene große Klingen. Ja gut, eine Schere ist... Kann ich irgendwie hier so Zentimeter abmessen oder so? Geht das irgendwo? Nee, gell? Nö. Cool. Äh, dann... Nehmen wir auf jeden Fall den Teddy. Stecken den da rein. Die armen Teddys werden immer... Okay. Äh, zack, zack. Achso, das ist ein Objektiv. Ja, hab ich das hier drin nicht auch gesehen? Nein, drin war kein Objektiv. Okay. Was ist da drin? Cannabis. Moment. Ist Cannabis jetzt nicht legal? Äh, äh, so. Drogen. So. Zack. Dann, was haben wir hier? Da ist auch unter tausend. Zigaretten, Zigarettenpackungen. Dann passt das. Weg damit. So. Na, Gott. Was ist mit den Leuten los? Nix besseres zu tun? Der hat Batterie. Oh, Gott. So. Äh, äh. Okay, Deodorant. Kondom. Naja, Haarkletter. Ich brauchte nur die Identifizierung. So. Achso, das kann man auch scannen. Tun. Jo. So. So, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, so, da gucken wir auch rein, da sind auf jeden Fall Batterien drin, die raus müssen. Und das war schon der letzte, so, was haben wir hier, Sonnencreme, Batterien, Batterien, was ist das, Powerbank, ist auch nicht erlaubt, Dose und Ersatzakkus und Powerbanks, weg, weg damit, die armen Leute, die ihre Dinger dann vermissen, so. Achso, ich muss die noch abschicken, so, und weg damit, tschüss. Schon wieder Tag zu Ende, yeah, 100 Prozent, ja endlich, so, oh, ich kann mir einen besseren Tisch leisten, gucken jetzt mal, äh, Baumodus, äh, den, aufheben. Stell den mal da hin. Dann so, so, hallo? Und den, komm, wieso? Ah. Den kann ich nur aufheben, okay, cool. Oder, wenn ich den aufhebe, und hierhin stelle, okay. 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 Cool. Spiel die Demo für 60 Minuten. Yeah. Toller Erfolg. So. Da ist aber ein sehr verbotener Gegenstand drin. Muss ich leider konfiszieren. Da auch. So, probieren wir gleich mal meinen neuen Tisch hier aus. Zack. So. So. Da ist auch das eine drin. So. 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 Das. Kommt weg. Dann irgendwas Neues. Ne. Dann zu damit. So. So. Parfüm. Was ist das? Ein Stück Seife. Ich wurde schon mal mit Seife gescammt. Dann gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. So. Haben wir hier noch irgendwas, außer dem Bananen-Dildo? Kokain. Natürlich. Könnte ich jetzt das in die andere Tasche stellen? Wäre schon mies, oder? Einfach einen anderen anhängen? Wir werden das. Wäre schon fies, gell? Wäre schon fies, gell? Okay. Die Tasche hole ich auch raus. Äh. Die auch. Die auch. Wow. Okay. Machen wir erstmal die hier. Äh. So. Das da rein. Tür zu. Scan. So. Kamera. Hemd. Alkohol. Okay. Äh. Kokain. Gut. Dann machen wir mal das zurück. Machen wir den Deckel zu. Dann markieren wir das noch. So. Weg damit. Perfekt. Huch. So. Objektiv. Kamera. Da war nichts drin. Okay. Nein. Ich dachte da wär was drin gewesen. Naja. Gut. Aber hier ist was drin. Einmal so ein Ding. Und einmal der Teddy. So. Alkohol. Eins. Zwei. Was ist das? E-Zigarette. Wuch. Wuch. Weg damit. Dann den da. Da rein. So. Ansonsten haben wir hier nichts Verdächtiges. Gut, dann können wir das wieder reinmachen. Schon wieder Kokain. Eieieieieie. Oh nee, immer diese Kuckabären. So, Drogen. So. Den da, den nehmen wir auch raus. Was war denn das? War das so ein Dioroller? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist da irgendwas Verdächtiges. Oh, da ist nix dritte. Okay. So. Ach, das ist das Deodorant, okay. Zigaretten gehen noch. Moment, ich glaube, ich hatte den Kamm noch nicht identifiziert. Den hatte ich schon, den noch nicht. Normale Zahlen bist. Eine Krawatte. Cool. Mhm. Mhm. Später diese Kokainseife. Oder Heroinseife. Keine Ahnung. So. Ja. Die altbewährte Heroinseife. Soll gut für den Tör sein. Aber nicht gestattet. So. Ihr wisst, wenn ihr irgendwas Illegales habt, dann kommt da nicht weit. So. Schicht zu Ende. Ich kann mich nicht merken, was das hier ist. Sieht aus wie... Sieht aus wie... Okay, ich achte jetzt drauf. Huch. Aufheben. Dankeschön. So. Ach so, das Objektiv. Ach so, das Objektiv. Cool getroffen. Das Objektiv. Das Bunte ist das Objektiv. Objektiv. Ich werde es mir nicht merken können. So. Das war es schon. Dann haben wir hier... Ist das denn ein Duschkopf? Ne, eine Bürste. Ah, eine Bürste. Deoroller. Adapter. Da ist eigentlich alles okay. Das sieht aus wie die Sonnencreme. Das ist wahrscheinlich Wasser. Boah. Alle haben eine Switch, ey. Alle. Huch. Falsche Taste. So. Schere. Sieht auch noch ein elektrischen Gerät aus. Sieht aber auch alles gut aus. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Was ist das? Das gucken wir uns an. Das ist auch okay. Oh, Insektensbüll. Ach, das ist der. Ja. Ja, Insektenspray darf leider nicht weiter. Okay. Das war's schon. Ah, ich hab irgendwas verkackt. Was für ein Artikel. Powerbank. Mist. Hey. Ich glaub, ich guck in jeden. Ich guck überall rein, wenn irgendwas elektrisches ist. So. Mal eine hier. Wir haben keine Zeit. Das Geld verdienen. So. Lass ich was komisches. So. Ist das eine Pinzette? Ja, gut. Die geht noch gerade so. So, hier haben wir einen Gürtel. So, objektiv. So. Ist eigentlich gut, der hat nur eine ein Pack. Gut. So. Hier, das, Leute, das ist ein Katzenspielzeug. Das ist auch noch okay. So. Moment, war da vielleicht eine Powerbank drin? Nee, das ist ein Tablet, gell? Ach komm, gucken wir es uns mal an. Da ist nur eine Packung Zigaretten drin. So. Gucken wir uns die Powerbank-Tabletten an. So. Huch. Geh weg. So. Ja doch, ist nur dieses Tablet. Ja, gut. Ja. Ja. Dann, da, ist nix. Hier ist... Nichtorganisch. Die holen wir raus. Die hol mal raus. Da ist... Ah, wieder der Kuckabär. Der Kuckabär. Kuckabär. Ah, das ist ne Zahnbürste. Die mit ihren Zahnbürsten, ey. Kannst auch mit der Hygiene übertreiben. So. Das nehmen wir auseinander. Das... Ist... Alkohol. Die nehmen wir komplett auseinander hier. So, die kann weiter. Hier. Okay, das holen wir auch raus. Objektiv. Jetzt habe ich es gelernt. Das ist ein Objektiv. Bunt von oben und... Sehr schichtig von der Seite. So. Den wollte ich noch haben. Da war doch irgendwas drin. Was ist denn das? Ja, eben. Da scheint was drin zu sein. Wollte ich ja wissen. Ist es ein Spielzeug? Oder ist es was... Anderes? Ach so, das ist ja keine Mikrowelle. Das kann ja nicht platzen. Ich dachte, das hört sich an wie eine Mikrowelle. Nicht, dass es da irgendwie... Ah, Kokain. Cool. So, dann... Ja, reinstoppen. So. Kokain. So. Zack. Dann, die Tasche ist gut. Und dann kommt nichts mehr. So. Dann nehmen wir die mal auseinander. Der Kokabeer kommt da rein. Ach, ein Kamm ist das. Okay. Okay. Dann war es nur der Kokabeer. Nein, geh weg. So. So, lieber Kokabeer, Kokabeer, Kokabeer. So, machen wir hier zu. Beschriften das. Njong. Und weg damit. Und weg damit. Tadam. Passagiere 8. Okay. Oh, schon wieder der Kokabeer. Ist das eine Glühbirne? Also, den hole ich auf jeden Fall raus. Da ist... Sieht aus wie... Entweder ist es eine elektrische Zahnbürste oder eine E-Zigarette. Okay, das ist so ein... Oh, wie süß. Was? Wie nennt man das? Eine Gummiente... Dein Nummer 1 Reisebegleiter. Eigentlich. Eigentlich nicht. Eigentlich sollte eine Gummiente in der Badewanne bleiben. Und nicht mit einem rumreisen. Ein Handtuch. Der erste Besucher, der ein Handtuch dabei hat. So. Heroin. Der Herbert. So. Kleiner Herbert-Bär. Achso. Markieren. Markieren. Njong. So, hier. Die holen wir auch raus. So. Die holen wir auch raus. Hä? Hallo? So. Das ist auch ein Handtuch. Jetzt haben wir hier... Die Zigarette. Weg damit. Bestimmt Montes Koffer gewesen. Ähm... So. Zack. Mhm. Mhm. So, erstmal den hier. So, Sonnenmilch. Geht sie gerade? Weg damit. Na, grün. So. Feuchtigkeitscreme, kurze Hose, Zigaretten. Okay. Dann, das ist Parfüm. Die beiden Sachen, keine Ahnung, deswegen hole ich die raus. Zwei Objektive, ein bisschen Alkohol oder was weiß ich. Wo siehst du das? E-Zigarette. Sieht komisch aus. Was ist denn los? Viele Raucher hier. Was ist denn das? Noch eine E-Zigarette. Ach so, das ist Montes Koffer. Ich verstehe. So. Weg damit. Hier liegen nur E-Zigaretten drin. Kannst du nicht glauben. Nur sucht dies auf diesem Flug. Ach so, wollte ich da reingucken. Ach so, ist dieser Alkohol, ja. So, dann hier haben wir. Moment. Kann ich nochmal anders machen? Das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Nee. Okay, gut. So. E-Ko, E-Ko. Das ist ein elektrischer Rasierer. Brille. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall was Verbotenes. So. Das war der letzte. Okay. Das hier nämlich. Haarspray. Moment. Nicht kosmetischer Aerosole. Aber Haspray ist doch kosmetisch, oder? Aber hier steht in flammbare Flüssigkeiten Gase. So, wir gucken, was passiert. Passagier Elena. Da ging es. Okay. Falsch konfisziert. Ja. Das schließt das ein nicht aus. Das ist halt, ja. Ich habe null XP erhalten? Warum? Aber, aber wieso? Keinen XP? So. So. Ich glaube, einen Tag schafft man, oder? So. So. Zack. Keine bekannten Bedrohungen durch Passagier. Sechs. Da sieht alles gut aus. Was ist das denn eigentlich? Was ist das denn eigentlich? Keine Ahnung. Ich nehme erst mal den hier. Sonnencreme. Oh, sehr verdächtig. Ja, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ja. 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 Cannabis. Ja, Pech gehabt. Ciao. So, den muss ich auch rausholen. In welche Richtung geht's denn? Warte mal. Cool. Der ist sehr schwer. Deswegen dauert das so lang. So. Stöckelschuhe sind das. Okay. Scheren. Halt. Halt da. Hm. Aber die kommt weg. Sag mal. So. Ja, ich weiß, es ist eine Handgranate, aber... Wir haben gelernt, wenn sie grün ist, ist es ein Plastikspielzeug. Und sie war grün. Also. Dann auf der Koffer weiter. Dann haben wir hier, da haben wir wieder so eine kleine Spraydose. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Mal sehen, was ist das? Ah, Powerbank. Okay. Cool. Ciao. So, dann... Sehe ich doch Batterien. Oder auch. So, Kopfhörer, Wasserflasche. Gut. Cool. Zack. Zack. So, den rollen wir auch raus. So. Parfüm. Jetzt Zigarette. Batterien. Jetzt Zigarette. Und Demo ist gleich vorbei. So. Aha. Okay. Wir haben es noch geschafft. Hui. Oh. Okay. Du hast die Demo abgeschlossen. Danke, dass du AirPod X-Ray Simulator ausprobiert hast. Leider hast du das Zeitlimit für diese Demo erreicht. Ja. Also ich fand es sehr interessant. Also ich werde es mir auf jeden Fall auf die Wunschliste packen. Und ja, vielleicht spielen wir irgendwann die Vollversion. Das weiß ich noch nicht. Aber wenn es euch auch gefallen hat, unterstützt doch den Entwickler und packt es euch auch auf die Wunschliste. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.